Okay, gut, dann viel Spaß. Ja, dir auch. Pass auf. Ciao, ciao. Ach, ein sympathischer Typ, der bleibt einfach mal bei zwei Typen stehen, die am Straßenrand stehen. Von der Gang Unbekannt. Ich habe heute aber auch schon mal einen Mitglied von der Gang Unbekannt gesehen. Ich weiß nicht, ob das sogar vielleicht der war. Vom Namen her. Leon Davidson oder so heißt der, gell? Ja, genau. Leon, ja, David. Jetzt gibt es einen Unfall hinter uns. Mhm. Es gibt den Unfall, es gibt den Unfall, pass auf, guck, guck hin. Nein! Der, der wurde von so einem kleinen Truck abgedrängt. Der Truck wollte den überholen in der Kurve. Junge, du musst aufpassen, hast du gesagt. Oh, ich bin einfach abgewogen. Ich habe gar nichts gesehen. Junge, du musst aufpassen. Auf einmal, auf einmal ist meine Karre umgedreht. Das war echt knapp. Nein, nein. Du warst das nicht. Nein. Aber er wollte doch in der, er wollte doch, er wollte doch in der Kurve überholen. Er hat doch in der Kurve überholt grad. Nein. Ich glaube, nein, nein, das sah, glaube ich, nur so aus. Nein, nein, er ist gar nicht reingefahren. Bei mir ist er nicht reingefahren. Also, das sah, glaube ich, nur so aus bei Ihnen. Okay. Okay. Er hat keine Schuld. Dann, äh, drei Leute anpacken und das Ding umdrehen. 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 Ja, das wäre super. Alle anpacken. Aber auf der anderen Seite würde ich probieren, oder? Oh mein Gott. Okay, ich probiere. Wir probieren es mal. Und los. Ähm, ja. 1 a. 1 a. Und sie haben auch nur einen Pack. Und sie haben auch nur einen Pack. Und sie haben auch... Dote, oder? Ja, äh, der Herr weilt nicht mehr unter uns. Er wurde zerquetscht. Check. Let's.